Yo, meine lieben Zockfreunde, willkommen zu meinem neuen Projekt, Wolfenstein The New Order. Ja, eigentlich mag ich ja Wolfenstein nicht so. Ich habe zwar Return to Castle Wolfenstein früher noch gespielt, dieses neuere Wolfenstein habe ich dann damals gar nicht mehr gespielt gehabt, weil, ja, keine Ahnung, hat mich nicht so wirklich angemacht. Aber dieses Wolfenstein hat dann doch ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt, als ich dann gehört habe, man kann Stealthen. Und das werde ich natürlich versuchen, meine lieben Zockfreunde. Und zwar werde ich das Ganze versuchen auf... Das ist ja geil. Darf ich spielen, Papi? Tu mir nicht weh. Lass sie nur kommen. Der liebe, was der leibhaftige Tod. Und Extreme. Ja, ähm, ich werde es versuchen auf Extreme. Ich werde vielleicht einige Tode sterben, wer weiß. Aber ich versuche zu sterfen, wenig zu ballern. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Vergnügen bei meinem neuen, ich zocke hier, schaut zu, Wolfenstein The New Order. Los geht's! In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür rörende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Nur ein Traum. Aufwachen, Blazkowitsch. Sie übernehmen. Ich muss aufmissen. Scheiße. Beschuss. Alles klar. Fängt ja super an. Werkzeugschrank. Hier ist nur ein Funkgerät. Das ist der Werkzeugschrank. Funkgerät, ja. Vielleicht hier. Verschlossen. Verdammt. Ah, das sieht in der Werkzeugschrank aus. In dieser kleinen Kammer? Verdammt. Oder vielleicht doch hier. Wow. Ja, 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 ja. Bin dabei, bin dabei. Okay. Verdammt. Okay, Ballast abwerfen. Junge, 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 Junge. Gerade noch geschlafen. Und jetzt hier voll die Action. Ich beeil mich, ja. Scheiße, da ist das Wasser. Boah, ich will doch keinen Bauchplatscher machen. Na los, raus damit. Komm schon, heb ab. Gut, gut. Ich komme. Okay. Boah. Scheiße. Nein, wir haben ein riesen Loch im Vogel. Oh Mann. Na los, zum Teufel. Feindliche Jäger. Ach du Scheiße. Okay. Yeah. Jetzt wird aufgereimt. Na komm, Janne. Na los, bleibt stehen. Oh Mann, was sind das? Fliegen die unter Thorsten? Junge. Sind die schnell. Oh Mann. Wo sind die Jäger? Wo sind die Jäger? Da. Okay, das war einer. Da unten kommt noch einer. Ja. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Wow. Noch mehr Jäger, noch mehr Jäger. Alter. Ich kann sie hören, ja? Ich habe ein Loch langsam in der Scheibe. Oh, die Sonne blendet. Ich versuch's, ja. Verdammt nochmal. Wow. Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. nicht heute, mein Freund. Ich muss ein Krieg gewinnen. Hör. Und dann? Noch am Leben? Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Neben. Grundgültiger. Mäde! Volcher 1, bitte kommen, Volcher 1. Oh Mann. Ja, sehr gut. Radar eingefahren. Shit, die haben ein Leck. Aber ein richtig böses Leck. Ich verstehe Ihr Problem, Konto 9. Ich sehe Rauch. Sie verliert Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle fliegt sich wie im Segelstein. Danke, Mögel, für die... Wow! Shit! Konto 9, bitte kommen! Konto 9! Scheiße, das ist ein Truppentransporter! Konto 9, bitte kommen! Bitte kommen, Konto 9! Das war's mit Konto 9. Wer spricht da? Private Wyatt, 100 Worte Luft an der Brigade! Na schön, meine Jungen. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, ziehen Sie das Steuerrad. Die Achter! Gut, nimm Sie es in deine Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall brechen, verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Kängse! Kängse! Sie müssen noch was für mich erledigen. Nein! Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Was? Verstanden ist das! Raskovic, machen Sie die Kroppentür auf. Sie müssen sie aufhalten. Dann tun Sie, was ich sage. Ah, ist klar. Ja. Ist das schon Luft? Dann los! Was? Wow! Ein verrückter alter Hund. Wenn soll ich das gleiche machen? Oh! 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 Ah! Ja! Oh! Ah! Oh! Ich hab Sie! Sehr gut. Oh! Oh! Zieht mich rein! Beinahe wäre ich Schackschlick gewesen, ey. Was ist? Wie steht's, Cap? Alles ohne nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Wie geht's? Ah, die geben mir Gesundheit. Sehr gut. Ist klar. Nicht so grimmig, Soldat. Ist ihnen schlecht? Es geht. Alle drehen durch. Aber ich nehme die Gesundheit ein bisschen. So richtig Oldschool-mäßig hier jetzt. Mit Gesundheitspacks. Muss ich ja wirklich aufpassen. Gott sei Dank sind sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig. Ja, ja, mein Gott. Raus, Mann! Reißen sie sich zusammen. Gut. Wie ist das Wetter da draußen? Alles klar. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Ich bin gleich gekommen. Warte. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oh. Was ist das denn? Herr Velo! Was zum Teufel! Boah! Wo kommt die Stimme her? Da. Das Futter geht. Furgis, wie ist Ihr Status? Blazkowitsch! Bei uns hier ist die Kacke am Dach. Wir sitzen hier am Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz! Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blazkowitsch, sehen Sie das da drüben? Hey Private Wyatt, leuchten Sie! Blazkowitsch, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschütztaum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Alles klar, ich muss das Geschütz erreichen. Durch die Tür komme ich nicht. Die ist blockiert. Na, dann machen wir mal die Kiste weg. Ah, sehr schön. Wow! Oh, Bello! Ich hab jetzt keine Zeit zum Spielen! Ich muss weg. Eins von Totenkopfbiestern hätte den man schon längst töten sollen. Von hier aus komme ich ins Wasser. Dann tauchen wir mal eine Runde. Okay. Da ist ein Loch. Okay. Am besten schwimmen wir den Lichtern entlang. Beides könnte auch eine Mina sein. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wow! Was ist denn das? Ein Dreifuß? Sind wir jetzt bei Krieg der Welten? Okay. Okay. Hoch. So. Jetzt geben wir Bello mal Saures. Los geht's. Na komm her! Fangt den Knochen! Wann sind wir alles? Nur zwei Bello's? Das Riesending ist da hinten. Kann ich nicht angreifen. Also raus wieder. Ja. Wofi hab ich's gezeigt? Wir haben uns gerettet! Captain Blasco, willst du, Sir? Beruhigen Sie sich mit beiden ein. Okay, Blasco. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumstrand vielleicht nebenüber queren können? Schieß los. Also gut. Hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also. Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Durch die Mitte. Los geht's. Flink wie ein Hase. Wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah. Mienen, mienen. Wow. Oh. Okay, hab's geschafft. Hab's geschafft. Yeah. Okay. Ab mal unten. Soldaten. Ja, da. Schön in den Rücken fallen. So sieht's aus. Okay, was haben wir denn da? Kanaten. Ja, nehmen wir mal ein paar mit. Eine Selbstschussanlage. Ich dachte, hier wären ein paar Soldaten drin. Na gut. Dann machen wir das mal gleich mal schön kalt. Kabumm, Baby. Vielleicht noch ein paar Kanaten mitnehmen. Die sind gar nicht mehr so schlecht. Ein riesiges Loch. Schau an. Die uns jetzt ein Eingang von Kuba an der Blitte. Die müssen die Zeit von uns dort ausschalten. Die konnten die Einheit an der Küste in Richtung der Basis vor. Gut zuhören, Leute. Chef Veskovic kann am Gästchen nicht frei halten. Wir halten also vor uns. Sie werden sich den geführenden Respekt erweisen. Und sich nicht von diesem Stamm wieder missblassen. Und dann... Fergus schreit alle zusammen. Sehr gut. Aber wie komme ich durch diese Tür? Ein Schlitz. Schau an. Ein Fuß. Jetzt schieße ich dir erstmal den Zeh weg. Tür wieder auf. Ah! Verdammt! Ich dachte, du wärst schon im Eimer. Realistisch. Stirb nicht an der Schussverletzung. Wo lang? Sind da nicht mehr? Ganz sicher. Jetzt wird's spaßig. Wer will noch ne Kugel? Schön aus der Deckung rausschießen. Ich muss aufpassen. Endlich leben hab ich auch nicht. Da kommt der her. Da oben noch. Gut. Das war's. Okay. Langsam vorwärts. Ich muss mir hier ein bisschen Mimmi einpacken. Und ein bisschen Pustum und so. Wie geht's weiter? Nichts zu sehen von den Affen. Ja, die Hände kann ich mitnehmen. Sehr schön. Die Seite da oben. Erledigt. Hier führt auch noch ein Weg entlang. Aber besser, ich schau mich mal da oben. Nee, die Packs. Hallo? Schön habt ihr's hier. Oh. No. Shit. Verdammt. Ich muss langsam machen. Viel zu arg gewöhnt zur anderen Shooter. Dass man in der Deckung sich wieder erholt. Das ist hier nämlich nicht drin. Einiges schwieriger. Was haben wir denn da? Okay, das Geschütz ist schon ausgeschaltet. Aha. Schau an. Eine Karte. Wie altmodisch. Ich bin in diesem Bunker. Hier und dort. Gibt es noch was zu finden? Vielleicht ein paar Waffen. Oh, Granate. Okay. Die Tür ist verschlossen. Schade. Schade. Wie geht man mal hier raus? Was zum Teufel. Was ist das für ein herzlichen Ungetüm? Oh, das ist gar nicht gut gebraucht. Wow. Was ist der da? Die Nazis haben sich was einfallen lassen. Oder wie es hier heißen. Das ist schon wieder ein bisschen schief. Okay. Besser ist, wenn ich unten entlang laufe. Der ist sicherer. Sonst werde ich noch gebrutzelt. Oh, oh. Ich hab dich gesehen. Okay. Aufpassen. Aufpassen. Oh. Ach, du Scheiße. Ein Wuffi ist hier. Ein Wuffi ist hier. Okay. Das ist halt. Das ist halt. Besser. Ich bleib geduckt. Boah. Oh. Ach. Ach. Geh weg. Was? Echte Hunde? Oh Mann. Die schrecken aber auch gar nichts. Zurück hier. Okay. Weiter, weiter. Ist das das Ungetüm? Irgendwie aufhört. Ja. Ah. Sucht ja eine andere Mahlzeit. Ah. Oh. Dab nochmal. Mist. Jetzt hat es mich aber übelst erwischt. Okay, okay, okay. Langsam, langsam. Alles gefasst sein. Verdammt. Vergiss es. Erwischt. Boah. Noch ein Wuffi auftauchen. Schau an. Hier oben wieder. Boah. Boah. Shit. Ist hier gibt es nichts zu holen. Ist ein Flugzeug reingecrasht. Granate. Wow. Macht doch mal langsam. Ich will keine Geschenke von euch. Okay. Okay. Bis jetzt ist noch nichts mit Schleichen. Das war aber knapp. Munition. Munition. Okay. Schön. Von Deckung zu Deckung. Nichts zu sehen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Okay. Alles frei. Alle abgemontest. Alles abgemontest. dann bestimmt noch mehr machen. Aber diesmal gehen wir leise, Fugger. Anschau, anschauen, anschauen. Yes! Überraschung! Okay. Sehr schön. Warum nicht so die ganze Zeit? Okay, was haben wir da? Ein bisschen Dosenfütter. Ich habe irgendwie... Leider nicht. Mein gezielter Kopfschuss sollte das tun. Nein, nein. Tod sicher. Nichts von Soldaten zu sehen. Ach. Ich kann mich umtäuschen. Schalte den Kommandermann aus. Leise und schnell. Schauen wir uns mal an. Das sind bestimmte Soldaten, ja. Ganz ehrlich. Schalte den Kommandanten. Schalte den Kommandanten. Ich kann entzücken. Schon mal gehört? Nein? Solltest du probieren. Zack. Hier steht alle so schön mit dem Rücken zu mir. Deswegen schlachte ich hier schön alle ab. Und dann besser werfen. Auch gut. Zack. Erledigt. Ah ja. Anmeldungen habe ich genügend. Alles klar. Granaten. Moment, wenn ich auf die Karte schaue, gibt es hier was in diesem Bunker. Dann muss ich dort hin. Ja, ist klar. Dann schleichen wir uns in den Bunker. Ah, jetzt messen wir mich wieder mit. Nicht so viele, verrat. Ha. Schau an, schau an, schau an. Ja? Bomben. Aha. Okay, ich benötige eine Bombe, um hier runterzubauen. Vielleicht finde ich noch eine. Aber vielleicht tut es auch einfach nur eine Granat. Probieren wir es aus. Wow. Wow. Oh. Letzt nur die zwei Kanonen bitte den oberen Stockwerken des Bunkers. Sie müssen sich unbedingt aufschalten. Sie zerlegen sonst unsere jungschönen Wolken. Ah. Ich gehe hier durch den Kanal. Hier sind keine Gegner. Hier kann ich mich gut reinschleichen. Ich habe mal wieder den perfekten Ort gefunden. Alles klar. Ah. Ein kleines Fenster. Sehr. Okay. Vielen Dank.